Herzlich willkommen zu unserem 1 zu 1 Talk. Wie ihr seht, auch in dieser Woche leider wieder ohne Studiogast hier. Corona bestimmt noch immer so ein wenig mit. Trotzdem haben wir es geschafft, ein bisschen was für euch auf die Beine zu stellen. Und zwar alles rund um diesen Bundesliga-Wiedereinstieg, den wir am vergangenen Wochenende erlebt haben. Wir haben viele Stimmen gesammelt. Wir sprechen aber auch zum Beispiel mit Oliver Kahn und mit Karl-Heinz Rummenigge über die Situation, wie sie sich dargestellt hat, bevor es dann wieder losgegangen ist. Da ging es ja unter anderem um das Hygienekonzept und auch um die wirtschaftliche Situation, die durch die Krise entstehen könnte. Ich glaube, die Bundesliga, alle Vereine, alle Beteiligten müssen jetzt mit dieser Entscheidung, sag ich mal, sehr seriös umgehen. Und ich glaube, wir tun gut daran, vorbildlich und auch diszipliniert mit den Vorgaben rechtlich als auch medizinischer Natur umzugehen. Ja, ich denke, das ist uns allen bewusst, um was es geht. Die große Chance, die wir haben, ist, diese Liga, die Fußball-Bundesliga, eben zu Ende zu spielen. Und ich denke, es wurde jetzt ja genügend darüber diskutiert, welcher ökonomischer Faktor das ist, die Fußball-Bundesliga in Deutschland. Ja, wir brauchen ja nur in andere Ligen schauen. Wenn wir nach Frankreich schauen, dort wurde die Liga abgebrochen. Das ist etwas, was wir uns so alle nicht wünschen, weil die Folgen eines solchen Liga-Abbruchs sicherlich verheerend sein können. Deswegen ist das die große Chance für den FC Bayern München. Klar, der FC Bayern kann jetzt zum achten Mal in Folge Deutscher Meister werden, wobei jetzt für mich persönlich da noch nicht so ein großes Gefühl von Enthusiasmus bei mir irgendwo entsteht. Nichtsdestotrotz, wir müssen die Situation jetzt so annehmen, wie sie ist. Und ich glaube, es ist auch, oder die Möglichkeit besteht auch einmal für die Liga, aber auch eben für den FC Bayern, doch jetzt wieder ein Stück zurückzukehren, zu zeigen, dass man mit einem funktionierenden Konzept auch in dieser Krise eine gewisse Normalität herstellen kann. Ich glaube, es wäre fatal gewesen, wenn die Entscheidung nicht auf dem grünen Rasen, sondern an einem grünen Tisch hätte fallen müssen. Ich glaube, es gibt ja noch sportliche Entscheidungen. Wer wird deutscher Meister? Wer qualifiziert sich für die Champions League, für die Europa League? Auf- und Abstieg, das sind ja alles noch Dinge, die entschieden werden müssen. Und ich glaube, wir haben damit eine...